Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, der 3. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 280. Ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Zum einen ist es Edge, Deadline, Patent, Akkuprobleme, Android Auto, sicheres WLAN, iCloud und Studie, 40% Wahrscheinlichkeit und der Doppelklick. Beginnen wir gleich beim ersten. Microsoft macht fleissig und nicht zum ersten Mal wieder mal Werbung für den Microsoft Edge-Browser. Auf einem aktuellen Surface-Device haben sie die drei Browser antreten lassen. Zum einen ist es der Edge, zum anderen ist es der Firefox von Mozilla und der Chrome von Google. Und die drei haben gerockt und zwar der Chrome 13 Stunden und eine halbe plus eine Minute. Der Mozilla kam nicht mal auf 10 Stunden, 9,52 und der Edge-Browser kam auf ganze 16. Chrome konnte seit der letzten Messung deutlich aufholen. Die wollten sich das wahrscheinlich nicht gefahren lassen von Microsoft. Und dennoch ist der Edge-Browser, auch mein Favorit auf Windows, deutlich nach vorne oder immer noch deutlich vorne und somit der Favorit eigentlich, zumindest wenn es um Akku geht. Alles andere darf jeder selbst beurteilen und nutzen, wie er möchte. Dann gab es im letzten Sommer eine verblüffende oder eine überraschende Ankündigung. Damals hat nämlich Microsoft und Amazon verlauten lassen, dass ihre beiden Systeme miteinander kommunizieren können. Systeme, damit meine ich nicht Sprachassistenten. Der eine ist dieser ALEXA und das andere ist Cortana. Damit man auf einem Device, wenn man jetzt eben, sagen wir, einen Xbox oder einen Windows-PC zu Hause hat und eben noch einen Sprachassistenten aus dem Hause Amazon, nicht da zwei verschiedene Accounts haben muss, möchten die beiden eben zusammen kommunizieren. Wollten sie per Ende 2017 präsentieren, hat nicht ganz gereicht. Jetzt soll es aber nah sein, zumindest so die Aussage von beiden. Da ja die CES vor der Türe steht, denke ich, wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Und hoffe ich auch, auf jeden Fall. Dann gibt es ein Patent, was Microsoft im letzten Oktober eingereicht hat. Macht Microsoft ja viel, wie andere Firmen auch. Dieses Mal aber ist für ein Zubehörprodukt. Gut, das passiert auch immer wieder mal, aber anders. Das ist nicht für ein Microsoft-Zubehörprodukt, sondern für ein iPhone. Eine Dockingstation, wie man das Ganze am Rechner anhängen kann, damit beide Systeme ineinander verknüpft sind, miteinander besser funktionieren. Phones, Starts etc. sollen darüber möglich sein. Ich bin schon sehr gespannt und werde mir so ein Dock auf jeden Fall, wenn es mal rauskommt, sicherlich hier hinstellen und austesten. Das klingt spannend. Dann gehen wir weiter zu Akkuproblemen. Und dieses Mal geht es nicht um den iPhone-Akku, sondern drüben bei Samsung. Ja, nee, nix Explosionen und so weiter. Aber anscheinend machen immer mehr oder es häufen sich die Meldungen von Nutzern, die ein Note 8 und ein S8 haben, die Totalausfälle haben bei ihrem Device. Zum einen, wenn das Gerät auf 0% runtergefallen ist, also gar keinen Strom mehr hat, lässt es sich nicht mehr aufladen von vorne. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, das lässt sich durch ein Firmware-Update beheben, bevor die Nullgrenze erreicht ist. Ansonsten, Samsung gibt da noch irgendwie einen Tipp, man soll das Teil während, ich glaube es waren 20 Minuten, genau, alle 30 Sekunden ein- und wieder ausstecken, wieder ein- und wieder ausstecken, wieder ein- und wieder ausstecken. Ja, wer so viel Zeit hat, ich glaube besser einschicken. Das funktioniert schneller oder einfacher zumindest, ohne gross Hin und Her. Eine schöne Neuigkeit gibt es, nachdem es auf der iOS-Seite schon länger möglich ist, jetzt auch auf der Android-Seite. Genauer geht es um Android Auto, also dem System fürs Auto, logischerweise. Das kann man jetzt mit neuen Produkten, die an der CES 2018 vorgestellt werden, endlich kabellos nutzen, sofern das natürlich die Hardware dazu auch unterstützt. Entschuldigung, das Mikrofon kam ein bisschen weg. Ja, tolle Neuigkeit und ich hoffe, das zieht dann ziemlich schnell auch in andere Systeme ein. Ich denke, das braucht dann doch mehr als nur ein bisschen ein Firmware-Update bei alten Produkten, aber zumindest, wer sich damit noch nicht eingedeckt hat, sollte noch ein bisschen warten, denn wer will schon immer an Kabel oder doch Strom, könnte auch sinnvoll sein. Schaut euch um, alte Systeme könnten natürlich jetzt auch günstiger werden. Aktuell scheint es anscheinend das ein oder andere Problem in der iCloud zu geben. Notizen und die iWorks-Apps haben einen gelben Button. Rot ist es noch nicht, also so dramatisch ist es nicht, aber es hat anscheinend den ein oder anderen Ausfall gegeben. Wart ihr betroffen? Ich habe nichts gemerkt, ich habe in meinen Notizen fleissig was geschrieben, ich hätte nichts davon bemerkt. Sonst gerne in die Kommentare oder über Social Media natürlich zu uns. Dann gibt es eine Studie, wie immer, glaube ich, keine Studie, die du nicht selber gefälscht hast, aber das könnte ich mir noch vorstellen, respektive, ich sehe es bei meinen Geräten ähnlich und auch in meinem Umfeld. iOS-Nutzer bevorzugen mobile Daten, Android-Nutzer Wi-Fi. Kann natürlich unter anderem auch zusammenhängen beim Anschaffungswiderstand. Wer sich ein teureres Smartphone leisten kann, kann sich eventuell auch mehr Daten leisten oder mehr Datenpakete. Ob das der Zusammenhang ist oder nicht, steht leider nicht da drin, aber interessanterweise ist im Laufe des letzten Jahres der mobile Datenverbrauch, oder generell der Datenverbrauch mobil und im Wi-Fi um 25% gestiegen. Na ratet mal, welches Netflix da schuld ist. Oder ähnliche Streaming-Dienste natürlich. Und dann, ja, manchmal wird es den lieben Analysten langweilig und dann machen sie wieder mal irgendwelche Studien und dann kommt solches raus. Zum Beispiel, es gibt eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit und die ist deutlich höher als zum Beispiel bei Disney, da wären es nur 26. 40% ist das Apple-Netflix-Kauf, die Chance. Bei Disney, wie gesagt, ist es 26%. Es geht dann ziemlich schnell runter Richtung Electronic Arts und Hulu, die fast bei 0% liegen. Logischerweise, weil gerade übernommen worden. Aber auch interessant, Tesla ist irgendwie bei 4, irgendwas, wenn ich das richtig sehe hier auf der Tabelle. Was glaubt ihr, was macht Apple mit den Bargeldereserven, wenn sie es jetzt dann, dank Trump, günstiger in die Staaten zurückholen können? Aktienrückkäufe? Denke ich doch schon eher. Mal schauen, was damit passiert. Das waren die ganzen News, die ich heute am zweiten freien Tag hier im Jahr 2018 jetzt schon zusammensammeln konnte. Ich danke euch vielmals fürs Reinhören. Euch wünsche ich einen erfolgreichen und schönen Tag und hoffe doch, dass ihr auch morgen wieder reinhört, wenn es dann heisst Geek Talk Daily 281. In diesem Sinne, Pogipsi sagt Tschüss. Ciao. Hört mehr Geek Talk.